Funkschlüssel Ja, kein Ding und Joker German sagt so bin ich erstmal weg, bye bye. Okay, hau rein, tschau Die krieg ich vielleicht da her Ich bräuchte irgendwie so nen blauen Kristall oder so, ich glaub da krieg ich die her Ich glaub's aber auch bloß Hallo Hallo, hallo Stehen wir da? Ja, hallo Hallo Wer spricht hier? Okay Ciao Joker, bis dann, bye bye, viel Spaß noch Wer spricht mit weh? Wer spricht mit weh? Irgendwer hat grad zu mir gesprochen, ich weiß nicht wie Wahrscheinlich im anderen TS Hallo? Ja, ich glaub im anderen TS Ich bin da auch noch drüben Ich geh mal kurz am Desktop Jetzt ist er weg Oh Tja, so langsam Ich hab gedacht, du schießt grad an Was ist denn da los? Hat halt jemand zu mir gesprochen Wo wollt ich jetzt nochmal hin? Wollt ich da runter? Ähm, pass auf ich mach's ganz einfach Aber ich krieg dich einfach mal da raus Wo? Ich hätte auch gar nichts gehört Ich bin ja eigentlich extra da drin geblieben um zu hören, falls da jemand reinkommt Achso, gut Also möchtest du da bleiben? Erstmal Gut, dann bleib da Macht sich doch einfach auf Muten, also auf Sound aus Ne, ich will ja hören, wie da jemand ist Da rum Dann wundert dich aber nicht, wenn jemand mit dir spricht Ich hab da noch nicht gerafft, da der im anderen TS ist Und bis ich da gerafft hab, war der weg Ich dachte, einer von euch ist halt Nein Ich konnte erst mal nicht riechen, da hat er keiner von euch ist Ja, was muss ich jetzt hier machen Ich wollte eigentlich unten jetzt nochmal ein bisschen still Aber unten sind auch nicht mehr so viele Türen offen Seht ihr, ich war schon fast überall Ist eigentlich die Überschrift gewechselt? Okay, naja? Oh so Ich bin vielleicht aktuell gesehen Tja Kann ich noch nichts für Silberpenis Wenn einer von euch irgendeine Idee hat, wo ich jetzt hin muss Könnt ihr mir natürlich gerne helfen Ansonsten irre ich jetzt hier erstmal noch ein bisschen rum Man muss die Räume durchsuchen Irgendwie was? Was für ein Spiel? Resident Evil Oh ja, schon lange nicht mehr gezuckt Das Remake, das neue, oder? Ich hab schon wieder ein Spiel, das uns vielleicht interessieren könnte, Bi Ja, okay Soll ich's dir vorschlagen? Ja, kannst du mir mal so schreiben Ach, soll ich's dir schreiben? Ja, ich guck mir jetzt eh nicht an Ähm, das sieht echt geil aus, muss ich sagen Ähm, ich schick dir einfach erstmal den Namen noch Keine Ahnung, ich schick dir am besten Wie das? Die Uhr tickt wieder Ich dachte, die hab ich doch zum Stillstand gebracht Irgendwo Irgendwie Ist sogar sehr positiv, äh Hat eine sehr positive Bewertung Ach ne, ein Helmsymbol ist in der Schloss gerade hier Ist aber leider nur ein Einzelspieler Wie heißt das Spiel? Das möchte ich jetzt nicht verraten Dann schreib's mir Neugierig Nein Ich guck mal, wenn ich mal in der Kiste Ob da irgendwas drin ist Wovon ich weiß, dass ich auch noch verwenden muss Muss eigentlich noch nie irgendein Hinweis sein Weil ich hab immer alles eingesammelt Ich hab immer alles zur Kiste drin Irgendwie muss hier der Schlüssel zu dem drin sein Ich weiß nicht, wie's jetzt weiter geht Ich hab nen Windwappen Äh, Ali Alpha Und ich hab drei Masken Eine fehlt auf jeden Fall noch Also komm ich da unten nicht weiter Das kann halt nicht sein Kann eigentlich nur was mit dem Wappen zu tun haben Kann eigentlich nur was mit dem Wappen zu tun haben Weil sonst hab ich ja nix großartiges Ja Ich halt mich mal Sicherheitshalber Den will ich auch trotzdem mitnehmen, falls ich mir mal verbrennen kann Muss man nicht vergerüstet sein Joa Das Windwappen Das Windwappen Wenn ich wüsste, wo ich da reinstecken muss Meine Idee war ja Zeig ich mal an Also hier krieg ich glaube ich die Säuremonie Auf jeden Fall krieg ich hier glaube ich nur irgendeine Monie Kann ich ja nochmal hinziehen Hier Ah ne, gelb brauch ich Blau hatte ich schon Irgendwie ein gelbes Steinchen Ja Ja Schöne Kamera Super Kameraführung Was war nochmal da drin Was war nochmal da drin Eigentlich, also ich denke die roten Räume zeigen mir an, dass da noch irgendwas ist Und die grünen hab ich fertig Ich wege dich nicht immer über die Kamera für mich Das ist ein neunziger Spiel Achso Und beim Remake hätte man das dann nicht überarbeiten können Das kann man zum Beispiel spielen Das ist ein Remake Naja ich glaube den hätten sie aber viel blenden müssen oder? Jetzt nicht? Keine Ahnung, mir egal Ich weiß halt nicht, ich glaub nicht, hat dann aber das Muss in irgendeinen von den Räumen Von den roten Räumen eigentlich sein Ich zieh die jetzt erstmal nochmal durch Das war blöd, dass ich grad wieder auf falsche Seite bin Ja, weil das haben wir ja schon gemacht Da haben wir das Holzwappen reingeschoben Ja, können wir nochmal wieder rausnehmen Aber, oh ne, können wir so gar nicht mehr rausnehmen Da haben wir den blauen Stein herbekommen Also hier unten war ja meine Vermutung wegen dem Windsymbol Aber hier steht, das Windsymbol ist ja sechseckig Hier steht was von achteckigen Dingern Tja, und hier sehen wir auch so ziemlich nach so Umbrella Zeichen aus Da wird drüber was rot-weißes reinkommen Tipp ich jetzt mal so Ja, die Tür kriegen wir noch hier auf, lass mich raten Ist da ein Helmsymbol? Ja Also fehlt uns noch der Helmschlüssel Nicht der Rüstungsschlüssel Hier gibt gar keine roten Räume mehr Nur den einen, da waren wir gerade Aber der mit dem Tigerkopf Da oben Wann war das? Ah ne, aber unten Da war die Küche, ne? Da ist eine abgeschlossene Tür und eine Zelle Ach ne, der Aufzug ist, seit er keinen Strom hat Da weiß ich nicht, wie man da hinkommt Da reicht noch nicht Oder ist da vielleicht der Raum mit der Schlange Nein, das könnte auch sein Ah, Next Reaction sagt man Mit blauen und gelben Edelsteinen bekommt man nur Schrotmonie Ah, so Ja, deswegen mit dem blauen hab ich Schrotmonie bekommen Ja, deswegen dachte ich vielleicht, weil der Gelbe da rarer ist Da bekomme ich vielleicht bessere Monie Na gut, da muss die Säuremonie hier woanders sein Ja, hier hab ich halt im Obergeschoss noch 1, 2, 3, 4 Räume Die hab ich nicht ganz gerafft Ich kann ja mal reingehen können, wenn wir mal zusammen gucken Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Ideen Also da hab ich Sachen rausgeholt Aber da fehlt wohl noch irgendwas Vielleicht kann ich dann irgendwas machen Aber meine Vermutung war, dass ich dann irgendwas finden muss Weil ich dann da einfügen muss Ich lauf erst nochmal hin Gucken wir einfach mal zusammen Voll Muni nehmen, Heil und Heilzeugen und die Schlange killen Ich hab gehört, die kann ich jetzt so nicht killen Dass ich da also auf jeden Fall die andere Muni für bräuchte War ja auch meine Idee War ja auch meine Idee Deswegen war ja auch meine erste Frage Kann ich die töten? Wenn ja, dann hätte ich genau das gemacht War eigentlich mein Plan Aber dann wurde mir gesagt Nein Ich spiele jetzt auf mittleren Schwierigkeitsgrade Vielleicht hätte ich auf jeden Fall probiert Selbst auf mittel Wenn die tötbar ist Wenn die killbar ist Dann töte ich die Nein, der lebte doch nicht mehr Nein, der lebte doch nicht mehr Ein Schrotschuss für den Arsch Na, kommen sie? Ein paar Schüsse mit Schrot im Kopf und sie sollte flüchten Meinst du auch? Komm, wir gehen zuerst nochmal um die anderen Räume durch Und dann machen wir das Ich hab natürlich irgendwo noch Heilzeug liegen lassen Aber gerade für so einen Boss Da hab ich mir extra Eigentlich die Heilsprays und das Erste Hilfe Pack aufgehoben Das letzte Mal Weil ich mich ein bisschen unvorbereitet in den Raum rein Ich wusste jetzt nicht, dass da die Schlange ist Da war ich auch schon fast tot Da hat die mich noch mit einem Schlag gekillt Oder mit einem Biss in dem Fall, ne? Hier ist noch was Die Tür ist verschlossen Das Wappen des Spencers ist in den Türgriff eingraviert Krieg ich die auf Muss ich wahrscheinlich irgendwas mit Spencer haben, ne? Irgendwas Spenceriges Na ja, guck, wir messen mal hier die Treppe hoch Dann sind wir da oben, wo die vier Räume sind Äh, die Tür, ne? Ja, die Tür Die Tür Weil hier ist ja echt auch das Leichte Sobald ich auf die Map gehe Oder sobald ich ins Inventar gehe Pausiert das Spiel Da kann ich mich ja ganz in Ruhe gleich halten Deswegen denke ich mir bei der Schlange Habe ich jetzt nicht so wirklich viel Angst Komm, gucken wir nochmal in die beiden hier Diese schöne Musik hier Komm, kann man nicht mit dem Hirschgeweih auch irgendwo abmachen? Ne Na gut, gehen wir erstmal in die Räume So, hier sind wir in den Baum mit der schönen Kameraperspektive Hier hat sich wohl jemand was genommen und dann schnell aus dem Staub gemalt Irgendwas haben wir hier auch schon gefunden Irgendwas haben wir hier auch schon gefunden Aber irgendwas ist hier angeblich noch Ich glaube hier kann man irgendwie das Bett schieben oder so Ne, weil Diese Fußspuren scheinen mitten durch das Bett zu führen Können wir das nicht auch? Keine Ahnung Ah ja, da lang noch Kräuter haben Stimmt Ne, irgendwie tut sich hier mit dem Bett aber nichts Jetzt Na die darf dich halt maximal zweimal treffen oder sogar nur einmal Da probieren wir halt aus Ja mit dem Treffen lassen ist wahrscheinlich so ein Problem Jetzt müssen wir stehen bleiben und draufholzen Besser wie Rennen getroffen werden und nicht geschossen zu haben Deswegen, also hier finde ich irgendwie nichts mehr Hier muss noch was sein Hier soll noch was sein denke ich Aber ich kann das Rätsel nicht lösen Weil ich kann es finde Aber diese rätselhafte Musik hier Ich kann halt auch nichts schieben Ich kann mit nichts mehr interagieren Also irgendwie ist hier nichts Irgendwas in die Ahnung Ach wie Quark Ich weiß nicht warum, jetzt kann ich das leider nicht lesen Da, um das Fensterschlüssel zu bekommen Braucht man die Schatulle mit der leeren Aushöhlung Und den roten Kristall Diesen muss man mit der Schatulle kombinieren Nun ist er in der Aushöhlung Und man muss nur noch ein paar Puzzleteile richtig zusammensetzen Hat man das gemacht Findet man in der Schatulle eine Branche Die muss man noch versuchen Ja Ok, habe ich aber nicht Danke Ich weiß nicht ob der Text zu lang war oder so Ich weiß auch nicht Spoiler aller Erkannt und gebannt Ja jetzt ist der Raum aber höh Jetzt ist er jetzt nicht mehr rot Ich habe da drin doch gar nichts gefunden Horios So Ich wollte hier nochmal Ich wollte mit dem Ja genau Das Ding haben wir doch auch Er riecht nach Medizinschrank Eben das haben wir doch auch gelöst Ah vielleicht die Akte da Ah ja okay Dann war das halt die Akte hier die da auch Übrig war Oder soll man dann lesen Da ist ein Brief Mütter ist mir doch der Nightbot mag ich nicht Ja der ist halt so eingestellt 3. Juni 98 Meine liebe Alma Bitte verzeih Dass ich dich nicht anrufen konnte Ein Mann mit einer Sonnenbrille verbot uns jegliche Telefongespräche Es tut mir leid Alma Ich weiß nicht wo ich anfangen soll Oder wie ich in einfachen Worten erklären kann Was seit unserem letzten Gespräch geschehen ist Ich hoffe es geht dir gut Und du vergibst mir meine Abschweifung Denn dieser Brief fällt mir nicht leicht Selbst während ich schreibe spüre ich Wie grundlegende Konzepte mir unerreichbar werden Und in Verzweiflung und Verwirrung versinken Doch ich muss dir sagen Was ich auf dem Herzen habe Ehe ich ruhen kann Alma bitte glaube mir Dass ich dir nur die Wahrheit sage Die ganze Geschichte bräuchte Stunden Und die Zeit ist knapp Daher nimm diese Tatsachen hin Letzten Monat gab es einen Unfall im Labor Und der Virus den wir erforschten wurde freigesetzt Alle meine Kollegen die infiziert wurden Sind tot oder dem Tode nahe Und die Art der Krankheit bedeutet Dass die noch Lebenden den Verstand verloren haben Dieser Virus raubt seinen Opfern ihre Menschlichkeit Und zwingt sie Leben zu suchen und zu zerstören Selbst während ich dies schrieb Höre ich sie vor meiner Türe wie geistlose hungrige Tiere Alma ich habe versucht zu überleben Um dich wieder zu sehen Aber ich habe das Unausweichliche nur hinausgezögern können Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das was nun folgt Der einzige Ausweg besteht darin mein Leben zu beenden Ehe ich das verliere was mich noch von diesen Bestien unterscheidet Meine Liebe für dich In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf in Frieden Bitte verzeih mir Es tut mir so leid Martin Cracker Okay Entschuldigung angenommen Was ist eigentlich mit dem Schmuckkästchen Ja ich habe kein Schmuckkästchen Das ist so die Sache Hätte ich eines würde ich da gerne mal forschen Na jetzt ist es da rum auch weiss Hattest du nicht ein Schmuckkästchen oder du hast es doch jetzt Hattest du nicht ein Schmuckkästchen? Du hast doch ein Kästchen gekriegt gehabt oder? Na da war glaube ich die Maske drinnen oder so Ach stimmt ja stimmt Stimmt Du bist doch an irgendeiner Dienst bist doch gestorben ne Du hast da schon länger nicht Gespräche gehabt ne Eine Schlange war das? Ne da habe ich überhaupt nichts vorgesprächert Juckt lecker Ganz genau Reaktion Jetzt ist der Round nämlich auch gecleared Komm wir gehen nochmal in den anderen Rounden da Gucken wir mal ob wir noch irgendwas darin finden Wird wahrscheinlich auch nur eine blöde Akte sein oder so die ich dann wieder vorlesen darf Ja Der Vorleser Machst du doch gerne Jaja Unglaublich Achso Das heißt also der Pfeil da auf der Karte One Way Tür Oder Einbahnstraße Hattest du nicht gestern Du hattest doch gestern eins bekommen oder nicht? Ok guck ich nochmal Aber ich hätte sonst auch trotzdem den gelben Stein nicht Ich hatte gestern so ein Kästchen bekommen da war aber die Maske drin oder nicht? Glaub ich Glaub ich Der Raum sagt mir hier Irgendwas ist hier noch Ich wüsste noch nicht wo Hier ist auch keine Musik oder so Da ist was War doch so klar Botanik Verwendung der medizinischen Kräuter Also hier steht nochmal auf der blaue Gip Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe Das rotere Kraut allein hat keine Wirkung Doch wenn es jedoch mit dem grünen oder roten Kraut gemischt wird So verstärkt es deren Wirkung Sie sollten allerdings ruhig selbst experimentieren Denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrungen erworben Ok Dann wird es da rum auch so Gut Gehen wir nochmal da hinten in den anderen Routen Habe ich da doch tatsächlich noch so böde Akten übersehen Ach der ist ganz auf der anderen Seite Na gut Ich guck danach nochmal in die Kiste Ich geh erstmal in den Raum Dann guck ich nochmal in die Kiste Ob da nicht vielleicht doch noch ein Schmuckkästchen drin ist Aber der hätte hat ja eine Kiste sein sollen Einen Schlüssel habe ich jetzt nicht mehr Ich kann nichts mehr aufmachen jetzt gerade Muss also irgendwas mit den Sachen zu tun haben Wo ich schon bin Oder wo ich halt schon hin kann Ich bin mal gespannt ob der Zombie jetzt wieder da ist Ja Richard ist bereits tot Jetzt bin ich mal gespannt ich zuck mal weg die Bumme Nichts alles ruhig Warum war ich doch gerade erst Da waren wir doch schon drin Egal gehen wir nochmal ein Ich erinnere mich schon wieder nicht mehr welcher rum Ach der war da Hier soll aber noch was sein Da müssen wir leider nochmal hier echt überall gucken Habe ich das denn nicht vorhin schon Die Regale sind voll nah wein Gläser Gewehr Munition Oh Habe ich doch tatsächlich mal übersehen Ja Ja jetzt ist der Raum auch gecleared War gestern ja nicht die ganze Zeit dabei Deswegen weiß ich es nicht Gucken wir jetzt nochmal Jetzt habe ich zumindest keine roten Räume mehr Außer den einen mit dem Tiger halt Ob ich da vielleicht echt noch was drin übersehen habe Vielleicht sind ja andere Steine ja auch da Aber gut wenn ich damit nur das Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal zur Kiste Zeige ich nochmal den Inhalt der Kiste Ja ansonsten muss ich halt irgendwie hier oben hin oder unten hin Wolle ich vielleicht irgendwo den Strom einschalten Für den Aufzug Ah das ist der Aufzug da Vom Untergeschoss ins Erstes Obergeschoss Das wäre vielleicht was Das Ich gehe jetzt nochmal zur Kiste Das ist halt die Frage ich könnte jetzt natürlich auch versuchen die Schlange zu killen Das können 2-3 Versuche dauern Ich denke ich würde das schaffen Ich habe so viel Schrauben unten Aber ich könnte natürlich auch einfach warten bis ich die Säure Munition kriege Die dafür gedacht ist Und dann gehe ich zu der Schlange Und dann habe ich halt bei Versichern 3 Hits oder so mit der Schrauben Säure Munition fällt hier oben Beides Möglichkeiten die funktionieren Denke ich Denke ich Schauen wir doch nochmal Aber hier war halt nichts außer die So hier schon ganz oben Ich glaube die Säure Munition bekommst du erst beim zweiten Treffen der Schlange Achso meinst soll ich da reingehen Raus gehen Und dann später nochmal reingehen Aber Hier ich habe halt hier eigentlich echt nur Das Serum habe ich noch Da ist jetzt halt überflüssig weil der Todtyp gestorben ist Weil ich zu langsam um den Raum wieder zu finden Ein bisschen verlaufen Ansonsten habe ich eigentlich nur den Wind warmen Da oben war sowieso nichts Ich kann nochmal von einer Seite scrollen Nein Hätte ja sein können wir da vielleicht noch irgendwo ganz unten mal was hingepackt Ab aus Versehen Die andere Richtung haben wir schon gecheckt Ja Ich habe also irgendwann echt nur den Wind warmen Ich zieh mir die Sachen von da unten ein bisschen hoch So ist es etwas geordneter Naja zumindest alles beisammen Ich habe hier nichts Für fast alle Türen die jetzt noch zu sind brauche ich den Schildschlüssel Einen Generator habe ich irgendwie auch nirgendwo gefunden Das ist wahrscheinlich irgendeine blöde Kleinigkeit Die ich nicht sehe Ja das ist wieder die Tür hier Da sind wir wieder Ich gucke nochmal was da hinten Achja Da brauche ich halt auch irgendwie so einen Wappen Und da habe ich auch wieder gedacht Ich bräuchte da einen Windwappen Aber ne das war auch falsch Ich zeige euch es nochmal In der Einbuchtung steht geschrieben Der Schänder des verfluchten Sarges Keine Ahnung Lass mich rein Ah Okay Das könnte natürlich gut sein Dann gehen wir jetzt die Schlange killen Punkt Weil ich finde sonst nichts wahr Und die Schlange ist irgendwie der einzige Weil ich die überhaupt irgendwie noch sehe Ich stecke mal Heilung ein Dann gehen wir zur Schlange Hauen wir den mal im Sack Okay Die brauchen wir dann wohl nicht Nehmen wir das nochmal mit Das brauchen wir aber nicht Achso In dem Raum sein sollte oder? In dem Haus Alles klar Probieren wir jetzt sofort machen Danke dir Dann gehen wir jetzt mal die Schlange töten Oder verjagen Töten werden wir sie dann nachher Tracy I lieb Hey Ho Ja alles gut Alles frisch Schönen guten Morgen Hier ist es richtig Hallo Schlange Hallo Schlange Dass die nicht durch die alte Tür hier durchkommt Hm Na dreh dich doch Irgendwie dreh ich mich immer falsch rum Vergiftet Scheint ja noch zu gehen Warte mal nach Warte schon Ja Habt ihr recht Jetzt kriegt sie wohl Angst Hauen wir los ach du scheiße Ich krieg dich nicht mehr Ich krieg dich nicht mehr Ja Guac hau aus Frag Was musst du wissen Ob da recht war Hier ist die Todesmaske Es kann halt sein, dass ich schon alle Masken zusammen hab und unten rum weiterkommen Aber irgendwas ist hier noch Ich glaub schrugt wohl hier Jupp Deswegen sauber das gedacht dann Sauber sauber Schade Das können wir schnell Ja Ja das Problem hatten viele heute Den ganzen Tag über Wie also ich auch Und jetzt gerade ist halt Weil die Lock-In-Server wieder down sind Dann wird halt da rausgekickt Weil die Server sind doch down Für zwei Stunden Oder noch anderthalb jetzt so Oh Oh ja Jetzt werde ich Poison Ich brauche Serum Hätte ich das Serum mitnehmen sollen Wieso sollte ich denn jetzt wieder da hin Ich hab das Serum in meiner Kiste Gehen wir erstmal zur Kiste Wenn der sag ich soll andersrum laufen Ich probier das Serum in der Kiste Wenn der sag ich soll andersrum laufen Und ich dachte wenn ich es dann wieder raus hab Dann übereinst Dann übereinstaws Ah, bin ich wieder gut. Na ja, würde ich auch fahren. Nehmen wir mal die Masken mit, das ist der einzige, was ich jetzt habe. Kein Problem, Blacky, wir boxen uns da schon durch. Oder schießen uns da durch. Jetzt muss ich nur wieder überlegen. Der sagt immer noch, ich soll da hingehen. Wo das denn war? Der war draußen mit dem Grabstein, ne? Einmal mal zurück in der Halle. Job, ich wusste, dass ich ein Typ auf jeden Fall kaputt war. Das liegt für mich. Ich bin ein Typ auf jeden Fall kaputt. Oh, ich weiß nicht. Das ist das, was ich nochmals zurzeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für hier. 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 Das frisst er mich. Was ist los? Das war's für hier. Das war's für hier. Das war's für hier. Ich hab nach der Schlange nicht gespeichert, verdammt. Ich muss die Schlange wieder kriegen gehen. Das war's für hier. Das war's für hier gewesen, ne? Das war's für hier. Das war's für hier. Ich hab's für hier. Das war's für hier. Ich hab's für hier. Ich hab's für hier. Ich hab's für hier. Ja, ich hab's für hier. 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 Das war er, oder? Nein. Das ist okay. Ich brauche Serum. Wenn die Schlange abhaut, schau mal beim Loch, wo sie reingeht. Okay, ich guck nochmal. Aber die ist so durch ein Fenster raus, oder? Sind die im Fall hier? Und mir wurde halt angezeigt, dass der Raum clear ist. Die ist hier nur da oben aus. Ich denke da ist nichts mehr. Wurde war da das Bett? Muss ich mal gucken. Das könnte sogar sein. Nee, da war doch der Raum mit. Aber da ist wirklich schrub. Muni? Ich geh nochmal zurück. Ich hoffe, der Zombie ist jetzt nicht wieder da. Oder der Infizierte. Kein Mucks. Kein Mucks. Okay. Haben wir die auch noch. Komisch, da sollte eigentlich jetzt das Mondwappen sein. Aber gut, eigentlich sollte Rebecca jetzt bei dir kommen. Deswegen, das ist irgendwie schon anders. Ich habe auch so den Eindruck. Ich weiß nicht genau, welche Version da jetzt hier ist. Die da, die jetzt hier remastert haben. Die ist noch am Klavier spielen. Ja, genau. Nee, das haben wir auch schon hinter uns. Das ist auch schon alles erledigt. Also ich denke, jetzt muss ich halt, so wie ich gerade da war, mit die Masken da unten reinbringen. Und doch mal gegen den Typen da mal kämpfen. Mal gucken, was ich dann kriege ich. So geht es jetzt zumindest weiter. Da war halt auch das kleine Kraut. Das holen wir uns noch. Haben es aufwendiger gemacht. Ja, das kann sein. Weil er jetzt vielleicht ein bisschen mehr laufen muss, ne? Das liegt daran, dass Rickert bei dir gestorben ist. Zuerst der rumholen, oder? Kann ich machen, das ist jetzt hier. Ich weiß nicht, passiert irgendwie nix. Bis jetzt sterbe ich ja nicht. Aber der andere ist auch gestorben, das stimmt. Ja, und dann mit dem Rickert. Ich habe den Raum einfach nicht mehr gefunden. Ich bin da in 5 Stunden rumgeirrt. Als ich ihn dann endlich wieder gefunden habe, war er natürlich tot. Ich habe dann Serum ja sogar dabei gehabt. Oh, das ist immer witz. Ich bin da in 5 Stunden rumgegangen. Ich bin da in 5 Stunden rumgegangen. Ah, kriege ich gar nicht mit. Scheiße. Habe ich die Masken alle mitnehmen? Kriege ich gar nicht mit zum Heilen, wird das hier doof. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich denke, das beste was ich machen kann. Ich gehe da erstmal hin. Ich tue da 3 Masken rein. Da rechne ich noch zurück. Und dann hole ich nachher noch die 4. Maske. Dann tue ich die da noch rein. Dann kann ich noch mal zum Heilen bedienen. Dann speichere ich davor und dann rechne ich ihn zurück. Das ist halt nicht so weit weg von der 2. Box. Was wollte ich denn noch? Dann gehe ich da hoch, dann komme ich wieder zurück. Dann gehe ich zu der anderen Box. Ah ja, hier oben war noch ein Kraut. Da wollte ich noch ein. Genau. Und hier wollte ich noch mal 2 liegen lassen. Aber ich weiß echt nicht mehr wo. Ich baue dir einen Rucksack. Ja, würde ich ja gerne. Das geht hier irgendwie nicht. Oh, das läuft doch ihr. Ja. 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 Genau. Zu wenig Stoff dabei. Von nem guten Stoff zu wenig. Achja unten noch. Naja, da komm ich nicht mehr rum weil die Tür kaputt ist. Ach, war Blue Lady. Habt ihr schon gesehen? Das heutige Update ist fast 900 MB groß. Ne, hab ich nicht gesehen. Werde ich mal gleich gucken, ob ich da auf jeden Fall runterladen. Hey, du hast Stoff, man. Wahnsinn. Ja, und müde, dass meiner Hoffnung läuft. Ja, das ist wohl wahr. Das ist das Wichtige. Werden wir nachher sehen. Anscheinend bin ich ja doch noch so lange wach und werd's ausprobieren. Okay, gut. Fehlt mir genau die. Okay. Okay. Es ist eine Kugel-Fond. Mit einem Loch ansteller in der Nase. Ja, eigentlich musste doch passen. Das Update kann man auch schon laden. Alles klar. Ich setze mal kurz am Desktop. Und sorgt man dafür, dass das Update bei mir schon mal lädt. Genau, da steht nämlich Update eingereit. Dann lassen wir unsaugen. Ja, dann lädt mich voll langsam. Hab mir schon gedacht. So, die andere Maske zum Hallen. Ja, macht ja fast ein Viertel des Spiels aus. Aber kein neuer Content. Das ist ja erstaunlich. Bei der Größe. Ja, genau. Das Mythos wissen wir schon. Zum Glück haben wir eben vorhin noch alles mit dem Ground Tramper gemacht. Den brauchen wir jetzt noch nicht mehr. Ja, genau. Ja, genau. Das ist doch da, was du gemacht hast. Ja, ganz genau. Deswegen, das ist jetzt nicht mehr möglich. Man kann die Polizeistation jetzt nicht mehr so zubauen. Wir gehen da gerade vorhanden. Also, wir können da noch. Weil wir ja anscheinend die Dinger noch gesetzt haben. Und die bleiben glaube ich auch stehen. Bis gleich. Deswegen würde ich mich ja schon gerne noch mal einloggen und gucken. Deswegen hoffe ich auch mal, dass die Server eher gehen. Aber wenn die, wenn die halt ne Verzögerung noch mal ansetzen und sagen, das dauert länger, dann gehe ich wirklich dann pennen. Ich will morgen halt nicht so spät anfangen. Oder wahrscheinlich kann man jetzt nur überall Sachen bauen. Deswegen brauchen wir die nicht mehr. Ah, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Glaube ich aber eigentlich nicht. Ich denke schon, man hat weiterhin auch Fundamenten bauen müssen. Aber dann halt auf dem Holzfundament. Damit du eben nicht mehr... Ja, weil da andere Dinge kannst du eh kaum irgendwo verwenden. Und wenn dann, dann sah das nachher eigentlich immer scheiße aus. Und hat irgendwie für... Naja, wills aussehen gesorgt. Ja, genau. Oh, sagt Abend. Hallo! Hier musste ich ja schon mal. Hier geht's Hite. Wie geht's wohl? Nehmen wir uns einfach mal ein neues, wer weiß, dass ich ja eh jetzt in die Kiste packen kann. So speichern und die andere Maske mit, aber zum heilen nehm ich auch mit, ah ja die Maske fällt noch. Sechs Berater, vor allem, wann kommt die Server wieder online? Ja. Dann würd's nur gerne. Ich hab ja überhoff früher wie zwei Stunden ne, vielleicht sogar eine Stunde oder so. So. Untertitelung. BR 2018 Ja, Blue Lady. Finde ich genauso. Ich gucke jetzt nochmal an. Die Raum auch noch rot ist. Vielleicht habe ich noch jemand anderes vergessen zu machen. Nö. Na, hier gibt es echt nur das Ding. Na gut, dann nicht. Kommen wir später nochmal wieder. Jetzt geben wir erstmal die Typen da. Den Ding mit den langen Clown. Da und da. Und dann sind wir schon da. Sieht ja schon gefährlich aus, wie der No-Mod da kommt. Nein. Nein. Hier rum. Mit dem Dach finde ich echt eine gute Idee. Dann machen die wahrscheinlich einfach das Dach kaputt und versuchen dann da rein zu kommen. Dann müssen wir auch wieder noch rauskommen. Das ist auch noch so eine Sache. Kameraführung wieder. Ich war ja auch dafür, dass wir in zwei Wochen oder so, wenn wirklich die Server schön voll sind, wenn viele Leute Basin gebaut haben. Da wir dann auch mal rumgucken gehen. Türen eindrehen. Ein paar Schätze rauben. Ja, zweistöckig. Geht ja bedingt. Du kannst da ja nochmal so Stairs drauf bauen. Wie heißen die so noch? Ich finde nur so Plattform Stairs. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißen. Damit kommst du ja nochmal höher. Aber darum könntest du halt nur noch ein kleines Gebäude draufsetzen und da mal... Klatsch! Was geht's los? Leben sieht gut aus. Ich wollte mir doch zuerst die Muni nehmen. Die liegt doch da und dann geht der trotzdem was hier drin. Jetzt wissen wir schon mal, dass der ein bisschen mehr aushält. Ein Tross, ja. Das wollte ich nicht eigentlich vermeiden. Der tut mir doch weh. Ich bin doch gesund. Und wenn der mich nochmal im Wischblick tot ist. Ja. Hat er wohl noch mehr ausgehalten, oder? Hatt ich so den Eindruck. Jetzt nimmt er es natürlich. Gut, leider. Ja, zwei Stöcke. Ich muss ja nicht unbedingt. Aber wenn ich eine Base baue, dann möchte ich nicht, dass da jemand mit Animal Traps eine Treppe reinbauen kann. Sonst hätten die sich die Türen, die man abschließen kann, sonst wo entschieden können. Und Zert meint er, ne? Mit den Punchy Sticks, Trap, Crew Collectors and Rabbit Traps. Ah, will nur slowly decay our time. Ach, und die Leute werden nicht mehr verlangsamt. Das ist schade. Schade, schade. Und gucken wir mal, hier soll noch irgendwas sein. Hier muss ja auch noch irgendwas sein. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Kriege ich jetzt vielleicht das Siegel? Der hat auch nichts mehr. Raus komme ich hier im Moment auch nicht. Da muss hier doch noch was gehen. Das muss ich halt erst wieder entdecken, ne? Na gut, mehr geht da wohl nicht. Das haben wir entdeckt. Aber immer noch Stein- und Metallobjekt. Naja. Ja, jetzt halt die Frage. Meinst du, das ist das erste für die Türe da? Oder kriege ich damit jetzt auch... Wo, wer war das nochmal? Meinte mit dem Blut. Oder mit dem Mond-Symbol. Ich würde jetzt erstmal versuchen, das da draußen irgendwo reinzustecken, weil für die andere Tür brauche ich ja zwei. Und ich gucke nochmal, das Ding haben wir jetzt auf jeden Fall erkundet. Also ich würde das jetzt da reinstecken. Hier wird den Gang, der Richtung Norden geht, da würde ich mal das mal probieren. Ich renne da mal hin. Und Blut-Elementen auch. Ist halt leider so, dass wir im Moment nicht jede Base eingenommen können, beziehungsweise wir Blüner ohne großen Aufwand. Für die eine Metalltür da draußen. Also ich glaube halt, ich muss was da reinschieben. Ich hoffe es. Sonst wüsste ich echt nicht, wohin damit jetzt gerade. Oder wo weiter dann? Also bitte lass es da reinpassen. Haha, die Assi-Vögel. Der Schänder des verfluchten Sarges. Das passt ja wohl. Das passt. Was kriegt er jetzt wieder? Na gut, da muss ich alle ruhig wieder mitnehmen. Das ist halt so eine Art Multifunktionsschlüssel. Kann man zweimal verwenden. Erst einmal hier rein. Und später dann wahrscheinlich noch mal unten in die Tür zum Keller. Tippig. Natürlich, Mini. Soll ich denn da hinkommen? Ach so. Natürlich nehmen wir das mit. Die nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir hier nochmal eine Tür. Nehmen wir hier die Kellertür und die quietscht am wenigsten. Innenhof. Da tippe ich auch auf Hundezone. Okay. Auch hier runter. Okay. Hm. Hm. Nütz? Kann ich da irgendwo einen Wappen reinschieben? Das wäre vielleicht eine Idee, was? Du hast recht, ja. Ah. Hast du recht, er hat mit den beiden Dingern zu tun. Irgendwas ist ja passiert, ne? Ich auch nicht, weil ich bin einfach dran vorbeigerannt. Ich habe die Dinger nur quietschen gehört und dachte mir, ey, was den Scheiß. Okay, gut, dann können wir jetzt nochmal gucken. Oh, dann drehen die sich. Okay. Hm. Ist halt die Frage, wie die wohl gucken müssen. Nach vorne. Jetzt drehen sich beide. Wir gucken beide zum Tor. Das war's wohl nicht. Den haben wir schon gedreht. Dann drehen wir nochmal den anderen. Ich denke, so viele Kombinationen gibt hier nicht, oder? Genau. Das war auch meine Idee, was. Ne. Ich habe gedacht, der eine jetzt vielleicht weg gucken muss. Man kann sie halt nur in zwei Richtungen drehen, ne? Oder man kann halt die Dinger hier aus oder an machen. Nein. Ah, jetzt guckt der andersrum. Ich versuche hier nochmal weiter zu drehen. Hat der eine den anderen verfolgt, oder was? Ist nichts passiert. Ja, das passiert jetzt nichts mehr. Ja, das passiert jetzt nichts mehr. Das tut ich auch nicht mehr. Ah doch. Ja. Auf dem Schildschild, die Hunde müssen in die Richtung... ...gucken, in die der richtige Weg ist. Also, Rache, Osten, etc. Keine Ahnung, wie das... Oh. ...Rache, Osten, warum der Rache, Osten... ...Mit blaue Augen, ja ok. ...Atemzug der Zerstörung. Rot. Der Kampfschild. Schrei der Rache. Supporter. TBR. Hallo. Guten Abend. Zerstörung und Rache. Und wie kann man den Himmelsrichtung zuordnen? Da habe ich nicht gerafft. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Ich vertraue dem Ding jetzt mal. Dann drehe ich den einmal nach... Probieren wir einmal. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Nachherz West, er fährt ja auch in die Richtung, ich habe mich jetzt mal immer auf die Dingensdach verlassen, das war wohl falsch, ich drehe den jetzt trotzdem mal dahin, wenn er den macht. Ach so, ja genau. Blauer Haar Nord, roter Haar West. So, da steht doch auf West eigentlich, ne? Die Frage ist halt am Metallkreuz hier, da wird wohl auch nicht richtig sein, oder? Aber ne, jetzt gucken wir beide in dieselbe Richtung. Wo weiß ich jetzt genau, wo der Norden ist und wo. Ich kann ja eigentlich nur dem Ding trauen, oder? Warte mal. Ich probiere jetzt mal so. Ja. So funktioniert's. Genau, ich habe das Schild nur nicht gerafft, ne? Weil jetzt auf Englisch war und das hier auf Deutsch, habe ich überhaupt nicht verglichen. Ich habe mir auch das Schild gar nicht durchgelesen, ne? Ah ne, aber nachher kam auch nochmal eine deutsche Erklärung, ne? Stimmt schon, stimmt schon. Stimmt schon, stimmt schon. Killerraben. Geht weg. Na, wer kommt denn da? Wer wurde denn da nicht von alleine gelassen? Geht hier was, geht hier was? Tja, ziemlich stupide Linear. So war das früher. Aber an Detaile kann ich mich gar nicht mehr erinnern. War man wirklich hier? Tönt nach einer Frau, ja. Sag ich auch mal. So pauschal. Schreibmaschine. Mhm. Mhm. Oh. Kein Farbband hier, wie soll ich denn da speichern? Ach, weil ich da in die Truhe komme. Das ist ja super. Das ist ja super. Das ist ja super. Das ist ja super. Ich muss ja mal die Truhe speichern. Ich muss ja mal die Truhe speichern. Das ist ja super. Ich habe eine kleine Kugel. Schön, dass er ja eine schöne Aussicht auf die Türe hat. Masrax, moin! Hallo, guck mal. Nein, jetzt nicht wieder auf die Schreibmaschine. Wenn ich doch nur ein Fahrband hätte, ganz genau. Ah, jetzt geht er da runter. Eine kleine Kurbel. Ganz genau. Oh. Hm. Oh, der Innenhof ist noch ein bisschen größer. Oh, fuck, ich stehe wieder auf. Habe ich ihn nicht töten oder was? Seht wohl nicht so aus. Dann lassen wir sie mal leben. Läh, bin ich jetzt erschrocken. Ja, der Hausherr, die Hausherrin in dem Fall. Ganz hübsch hier, ja, ganz hübsch hier. An dem Mythos. Na gut. Dann müssen wir erstmal wieder zurück. Ich höre hier noch was. Ich dachte gerade schon, kommt jemand angerannt. Jetzt. Wir müssen erstmal wieder zurück. Guck mal hier. Ist nichts. Ich höre doch irgendwas. Wenn er schon so blöd da stehen bleibt war. Okay. Dann machen wir ihn so. Der stöhnt nicht mehr. Zerb meint noch. Sollte das netten Mann sein? Ne, gut, man weiß es nicht, ne? Hm, nach dem Arsch müsste es eine Frau sein. Kann sein. Den Macker haben wir auch gefunden. Das ist das misslungene Projekt von Umbrella. Die haben die nicht mehr gebraucht und im Anwesen zurückgelassen. Das kann gut sein. Irgendeine Erklärung muss der haben. Oh, der ist am Klauen. Er hat es geschafft zu flüchten. Mit seinen dicken Fesseln. Also hier soll noch irgendwas sein. Was soll hier haben? Äh, lass mich mal. Ah ja, mit den Grabstellen. Hier geht doch nachher auch noch weit. Könnte ja eine Art Symbol sein. Echt? Ach so. Ich weiß, was ich hier brauche. Ich weiß, was ich jetzt brauche. Jetzt muss ich nochmal zurück zu der Thuse. Dann muss ich mir nochmal aus der Kiste das Wind-Symbol holen. Dann komme ich hier weiter. Hätte ich da auch mal eher gewusst. Na gut. Zeige ich euch so nochmal. Diese schöne. Ich denke halt, die ist nicht tötbar, ne? Nicht gelber. Da würde ich keine weiteren Missionen für verschwenden. Die ist so langsam. Da laufe ich einfach dran vorbei. Gibt es eine Akte in Revelations über die? Meinst du das als Aussage oder Frage? Weil irgendwie ist das wie eine Frage geschrieben. Da würde ich aber von mir Sicht das Fragezeichen. Ist jetzt weg. Scheiße. Komm bestimmt erst wieder, wenn ich an der Kiste war. Mit jemand dann wieder. Vielleicht hättest du ja mit dir reden können. Ich weiß nicht. Das stimmt. Sie hat mich ja nicht getötet. Aber wer weiß, wenn ich ihr die Chance noch weiter dazu gegeben hätte. Das wollte ich jetzt nicht ausprobieren. Dann habe ich lieber direkt angefangen zu schießen. Alles klar. Aussage. Ja deswegen dann aber. War irgendwie ein S zu viel oder so, ne? Gibt eine Akte. Ja. Ja, ja darum. Ich war mir halt nicht sicher. Darum fahr ich lieber nach. Na gut. Dann nochmal zum Grabstein. Nein. Sie ist nicht gerade bis Earth. Nein. Kann man jetzt so nicht sagen, ne? Muss ich nicht nur. Weiter hier. Dann da. Na gut. Schön! Dann hau mal rein. Zu weit weg. Da geht's. Drin. Ach, jetzt krieg ich die drei anderen. Scheiß Raum. Da hab ich den Mond warten. Da hab ich den Sternen warten. Da hab ich den Sonnen warten. Und jetzt? Hier gibt's sonst nichts. Soll ich die also hier hochkommen und dann? Ne, ich muss ja nur irgendwas machen, das ist eine Rote. Dann krieg ich ja noch was. Außer den Drecksraten. Pisa an Michael Naruna. So. So. Jetzt funktioniert's. Alles klar. Na ja, genau. Prüf die doch erstmal. Hab ich nicht dran gedacht. Da muss man erstmal drauf kommen. Bei dem Spiel muss man halt alles prüfen. Bin ich halt nicht gewöhnt. So. 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 Schickes Ding. Wurde ordentlich hineingelegt. Und wir nehmen sie wieder ordentlich hinaus. Schön. Lasst mich in Ruhe, Scheißwücher. Lasst mich. Ja. Jetzt sieht das hier auch gut aus. Aber. Immer alles erst prüfen, ne? Habt ihr ja recht. Ich bin mal kurz am chatten. So. Schön. Nichtes. Schickes Ding, ne? Und was machen wir jetzt? Denk ich auch. Damit machst du Bombs. Durchschlagend. Wo bin ich denn jetzt? Ach warte mal. Verdammt. Da wäre glaube ich noch weiter gegangen bei der Frau. Das heißt glaube ich das Haus. Oder? Ah ne. Da oben war das Haus. Ne. Wo ist denn der linke Teil hier von der Karte? Wo ist das denn? Schreibmaschinen in die Inventarbox. Wo bin ich denn jetzt? Ich geh jetzt erst mal durch. Ich will noch mal gucken. Hm. Da wollte ich nicht hin. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder da. Geben wir einfach mal da raus. Dann wollte ich mal. Ich höre schon was. Komm her. Schätze gehen. Und gerade für die Kameraperspektive besser. Komm. Drecksgöter. Vielleicht lebt er noch. Jetzt aber nicht mehr. Ah. Ich habe keine Monie dafür mitgenommen. Aber ich habe Glück gehabt. Ja. Wie schade. Kann man wirklich nicht killen. Habe ich ein paar Schuss vergeudelt. Egal. Mal. Gut. Hier haben wir schon alles. Gucken wir mal rum. Da steht aber das Locked. Mal gucken wir mal rum. Weil hier einfach gar nicht rum geht. Da kommen wir glaube ich nachher ganz in den Keller oder so. Und dann geht es noch hier rum. Da kommt ja nochmal rein. Achso. Da waren es so eine Medusa. Hätte ich die nicht angucken dürfen. Habe ich aber. Weil die so grotten hässlich aussah. Muss man nochmal sagen. Da ist ein quadratisches Loch. Zum Glück haben wir eine Kugel dabei. Probieren wir doch mal was passiert. Ganz genau. Nooo Kurbeln wir mal ein bisschen Ah, die Kurbel hat wieder mitgenommen Hm, aber hier soll eigentlich gar nichts großartiges sein Gehen wir mal gucken Wasser, Monster, gefährlich Denke ich nämlich auch Ah, wir haben aber was zum Heilen Soll das jetzt noch nicht instant killen Jetzt kommen die schönen Viecher, sagt Blacky Ja, alles klar Mehr Jungfrauen? Wohl kaum Hinter dem Wasserfall scheint etwas zu liegen Ein durchsichtiges Wesen stimmt da genau Oh Mann, ey Geht die mir am Sack Schnell weg von den Raben, die ziehen mir nämlich nach und nach HP ab, ohne dass ich da wirklich was machen kann Ich könnte die natürlich runter holen Nee, ich glaub der meinte was anderes jetzt gleich Das ist jetzt die Frage Nee, schmeiß natürlich da rein Jetzt haben wir ein Allheilmittel Okay Werden wir wohl gleich brauchen, ne Tipp ich mal Tja, keine Munni mehr Die will ich eigentlich nicht verwenden Am besten die ausgerüstet zu haben wie gar keine Na gut, das hat sich auch nicht gelohnt Und die zwei Schuss fahren auf den Arsch Jetzt stehe ich hier ohne Munni Dafür kriegen wir Blaukräuter Support da Viel Spaß noch und bis zum nächsten Stream Danke dir auch Gute Nacht noch Da kommen wir nicht rein Hier kommt bestimmt gleich was rausgesprungen Ach, die kann ich rumschieben oder noch? Erstmal Schlangen mit Schroder schießen Ich hasse Schlangen Ich hatte halt ein Messer dabei Da guckst du drum, ne? Ach, die wollten mir auch nur die Tür versperren, glaub ich Dann drücken wir halt ab Ne, musste die ja wohl nicht rankommen Da hängen ja noch mehr Teil davon ist mit Säure verletzt Okay Okay Jawoll, da haben wir wieder Muni. Die kann ich nicht winnen. Das ist jetzt aber doof. Könnte ich jetzt mal Nahkampf machen. Das wäre jetzt gut, dann könnte ich erst ein bisschen Messer. Oh, das Zeichen habe ich gar nicht gesehen. Bei der anderen. Also dann war so ein Auge. In der anderen Seite der Ouge. Der Ouge hat die Auge. In der anderen Seite. Die Auge, die man schon noch zogen. In der anderen Seite. Zwei Auge. Wurzeln. Blühle Ah so Ich guck erst noch mal auf Leibigglöcker und ich find da vorne irgendwie ne Giste oder so Da sind noch ein paar Tünen die zu sind Wo ich halt noch nicht drin hau eigentlich Zum Beispiel hier Jupp, hab ich für mich gedacht hat hier mal ne Kiste gehabt Jawoll Ludley schreibt noch Spinnen sind echt das Schlimmste Meinetwegen 50 Zombies auf einem Haufen aber weh da ist eine Spinne da drunter Ja die findest du ne Die eine Spinne die findest du Die spürst du Endlich können wir das Ding wegtun Zauber Die kleine Kurbel Keine Ahnung Packen wir erstmal alles hier rein So jetzt können wir auch mal hingehen Schade dass H1Z1 keine Schlangen oder Spinnen hat Okay hier auch mal alles Oh ne komm einmal speichern Ne mach ich gleich oder Ich speicher gleich Guck gleich mal wieder ich sammle mir die Sachen rein Gehen Hört schon mal einer guckt ob die Serbs vielleicht schon wieder gehen Ist auch ein zufällig Für was denn mit Landgranaten Die kann ich den Zombies in den Maul schieben Mhm Guck 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 Okay. Okay. Soll aber noch irgendwas sein. Ich schau dir nochmal die Lampen an. Okay. 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 Das bestimmt jetzt wieder die Frau oder? Das stimmt nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kann man da nur ein Stöpsel ziehen? Nein, da funkelt was Residenz-Schlüssel Und das war es auch schon hier drin Können wir wieder raus? Ja, hier haben wir auch alles Kann man da nochmal runter gucken? Hinunterspringen Jawohl, ja Bitte, bitte Er könnte ihn ja verbrennen, damit er nicht zum Crimson Head geht Dann muss ich aber erst zurück wieder zur Kiste Soll ich? Na gut Wenn er sich jetzt mal noch nicht direkt verwandelt hat Ne, noch nicht Na gut, dann gehen wir nochmal zurück zur Kiste Kann ich den ZDF jetzt auflesen? Ne Ich dachte mir, mit dem Residenz-Schlüssel sollte er doch wohl aufgehen, ne? Ja, nur weil ich das Zeug jetzt nicht dabei habe Deswegen wollte ich jetzt nicht Normal will ich sie alle anziehen Ich will sie alle brennen Aber nur Zombies Ich werde dann Ein bisschen. Gelegentlich, nur bei gelegentlich. Na gut, gehen wir nochmal brennen. Nein, ich wusste. Wie ich das wusste. Komisches Baumding oder was auch immer. Lass mich in Ruhe. Da, jetzt ist er nämlich schon wieder angeschlagen. Aber ne, ich warte noch einen Bienenangriff ab. Ja, kleben die auf Kamera. Echt Chill, hat mehr Platz? Hat die ne Handtasche dabei oder wie? So. Da brennt er. Guckst du dir an. Boom. Naja. So ist er verbrannt. Soll ja auch easy darstellen, wenn du mit ihr zockst. Also ich hatte hier aber auch noch drei verschiedene Schwierigkeiten gerade, denke ich, zur Auswahl. Jetzt hat er halt den Raum mit dem Residenzschlüssel durchsucht. Ich dachte, dass ich da gleich nochmal zurückkomme. Ich kann auch nochmal zurückkommen, dann kann ich mich nochmal heilen. Ich weiß halt jetzt nicht, wo es weiter geht. Gut durch, ja. Nero hat mich zu seiner Freundesliste hinzugefügt. Das machen wir nachher. Oh, oh, oh. Nicht aufgepasst. Schnell weg wieder. Und Engel, es soll ja noch da in dem Floh sein. Lauf, 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 ja. Und Mythos am Mittel kannst du nicht mehr, da er tot ist. Okay. Das habe ich noch schwer, oder? Ja, halt. Und? Sprichst du jetzt hier runter? Das tue ich doof. Hätte ich die Kiste wo man das positionieren müssen. Ich will es aber auch nicht drauf gehen wegen dem Ding. Vergiss die Pflanze nicht wieder. Ja, was mache ich denn jetzt? Die killt mich glaube ich. Ich will mich da aber auch nicht reinziehen. Soll ich den Wagen? Oder soll ich mich lieber heilen? Ja. Ja.